Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Alice und Sarah von Broilers in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Release und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alice und Sarah von Broilers, das Ganze am 3. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, das Ganze ist am 3. September erschienen. Wir haben hier eine 7-Inch-Vinyl. Auf dieser Vinyl befinden sich zwei Tracks, Alice und Sarah und zum Bonus noch, wir waren hier. Als allererstes werden wir das mal aus der Folie befreien. Diese Vinyl ist auf 4.000 Stück limitiert und auch nummeriert. Schauen wir uns auch gleich mal an. Und der erste Track, also Alice und Sarah, den gab es ja bereits auf dem vergangenen Album, also auf Puro Amor. Das habe ich euch ja vorgestellt, auf Vinyl und auch die Box-Variante. Den hat man jetzt hier nochmal auf diese 7-Inch gepackt und mit einem Bonus-Track versehen. Und zwar, wir waren hier. Also der war bisher unveröffentlicht und der Track Alice und Sarah, der ist am 23.04. also mit dem Album dann erschienen. Skull & Palms Recordings präsentiert. Lesen wir hier Broilers. Dann haben wir hier eine Streichholzpackung und ein Streichholz wurde entzündet. Die restlichen sind noch unversehrt. Dann gibt es noch Blumen und Sternchen rundherum. Dann lesen wir hier auch nochmal die Track Titel. Und auf der Rückseite kommen wir unten links einmal zur Limitierung. Wie gesagt, limitiert auf 4.000 Exemplare. Das hat man auch durchnummeriert. Meine ist in diesem Fall die Nummer 1262. Unten rechts gibt es noch die Labels und einen Barcode. Und dann haben wir hier im Detail noch die Infos zu den beiden Tricks. Also wer hat das Ganze geschrieben, produziert und wer war sonst daran beteiligt. All das kann man hier nachlesen. Die Vinyl selber kommt dann hier in einer weißen Papierhülle. Wir lesen hier A-Seite. Und wenn wir hier dann aufmachen, dann sehen wir, dass hier die Innenseite in Orange und Rot bedruckt ist. Beziehungsweise in Orange, Rot und Schwarz. Die Vinyl selber ist ganz klassisch in Schwarz gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite. Wir waren hier. Also zwei Tracks. Einer auf der A und einer auf der B. Dieser 7-Inch. Jawohl, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte 7-Inch-Vinyl mit den beiden Tracks Alice und Sarah. Und wir waren hier. Das Ganze in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Alice und Sarah von Broilers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Broilers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.